Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebabsimulator. Hier steht ein Typ, da ist er, mit einem Ausrufezeichen. Deswegen starte ich die Aufnahme hier schon mal, bevor ich ins Restaurant gehe. Hey Kumpel, zur Zeit ist etwas ruhig. Hey, ich habe einen guten Vorschlag für dich, der für beide Seiten von Vorteil ist. Du bist schon eine Weile dabei und ich sehe, wie hart er arbeitet. Ich kann dir helfen, die Gourmets des Meisters auszuschalten. Besonders Elena. Ich kenne sie schon, bevor sie ein Phänomen war und ich weiß, was sie mag. Ich kann dir eine besondere Frucht zu einem vernünftigen Preis verkaufen, die Elena absolut lieben wird. Sie heißt Sternfrucht und wächst nur in weit entfernten Wäldern. Vergiss aber nicht, diese Frucht entscheidend zu schneiden, bevor du sie verwendest. Es wird zu 100 Prozent funktionieren, glaub mir. Wenn du es dir im Moment nicht leisten kannst, komm ich später noch mal vorbei. Du kannst mich in der Nachbarschaft finden. Okay, krass. Jetzt habe ich so eine leuchtende Frucht. Die leg ich erstmal hier hin, weil ich muss erstmal Licht anmachen. Zack. Sternfrucht, hä? Okay, wenn die mir beim Gourmet hilft, dann nehme ich die. Lass uns erstmal in die Rezepte schauen. Prinzipiell habe ich einen Burger, einen Spieß, zweimal Hot Dogs da. Das heißt, Hot Dogs könnte ich nochmal anbieten, den Rest eher weniger. Außer ich mache es nochmal neu. Okay, ich habe mich entschieden. Wir machen nochmal Burger. Ich werde jetzt einfach die beiden Hot Dogs, die ich noch habe verwenden. Burger mache ich nochmal neu. Und dann mache ich noch ein neues Gericht. Das sind Brezeln. Also Laubenbrezel. Die mache ich auf jeden Fall nochmal. Ist was Neues. So. Und das reicht hoffentlich. Ich weiß ja nicht, was ich mit der Sternfrucht dann machen soll. Wir brauchen erstmal Mehl, Hefe, Ei und Butter. Okay. Sieben Kartoffeln. Und dann kann ich nochmal neue Burger machen. Mach dann die Brezel noch dazu. Biete heute auch mit Suppe noch an. Und dann gucke ich mal, was diese Sternfrucht so macht. Die leuchtet, die stinkt vielleicht. Ich weiß es nicht. Da kommt so Dampf raus. Wer weiß das schon. Das heißt, ich fange jetzt hier ganz normal mit den Burgerbrötchen an. Hefe. Butter. Da mache ich meine Eier mit drüber. Eins. Zwei. Drei. Kneten. Das heißt, hier haben wir die Backblech. Und wir machen Hamburger Brötchen. Hier können wir Brezeln machen. Cool. Also funktioniert das wahrscheinlich nach dem gleichen Prinzip. Aber ich mache erstmal vier Stück. Das sollte reichen. Zwiebeln und Kartoffeln klein schneiden. Dann mache ich erstmal die Kartoffeln für die Pommes. Guck nebenbei noch so ein bisschen rüber, damit die Brötchen nicht verbrennen. So. Alle Pommes sind in den Korb. Ich glaube, vier müssen reingehen. Ja. Vier gehen rein. Brötchen sind fertig. Zack. Habe ich noch Olivenöl irgendwo? Sieht nicht gut aus. Doch hier. Rein damit. Zwiebeln schneiden. So wie es hier steht. Dann eine Rib-Ei-Scheibe mit dem Fleischwolf zerkleinern. Die Zwiebeln rein. Hier habe ich noch eine Scheibe. Ach so, eine Zwiebel muss hier noch rein. Okay. Ja, dann tue ich den Rest hier einfach in den Kühlschrank. Den habe ich dann für das nächste Mal. Ganz vergessen, dass es nur einmal war. Salz und schwarze Pfeffer rein. Eins, zwei, drei. Schwarz Pfeffer. Eins, zwei, drei. Und dann können wir uns hier schon die Burger-Patties rausnehmen. Ich kann hier die Pommes schon mal heiß machen. Die Brötchen aufschneiden. Pommes sind hier schon mal drauf. Zack. Ich muss auch bald neue Kohle holen, wie ich gerade sehe. Fleisch ran. Und jetzt nehmen wir hier noch Ketchup-Mayo. Alles schön verteilt. Und dann habe ich auch schon mal die Burger fertig. Dann kümmere ich mich nur noch um die Brezeln. Und dann habe ich schon wieder zumindest ein neues Gericht. Was ich anbieten kann. Auch von einer Seite ein bisschen brauner, aber ist nicht so schlimm. Glaube ich zumindest. Oh, jetzt einfach die Patty hier noch drauf packen. Dann der Deckel drauf. Und dann ist Schluss. Zack. Zack. Viermal Burger fertig. Das stelle ich jetzt hier einfach wieder hin. Und dann gucke ich mal, was es mit den Brezeln auf sich hat. Anpinnen. Mehl, Hefe, Salz, Butter. Salz sogar, okay. Mehl, Hefe und Butter muss ich kaufen. Und dann werden sie einfach gebraten. Das ist wirklich richtig einfach. Einfach nur backen und fertig. Die Sachen zusammenrühren. Kein extra Arbeitsschritt oder so. Verrückt. Mehl. Mehl. Hefe. Butter. Dreimal Salz. Eins, zwei, drei. Dann machen wir brezeln. Dann machen wir brezeln. Und da kommt offensichtlich auch nur eine Traum auf den Teller. Holy Shit ist das einfach. Kann ich hier den Rest schon mal starten. Ein Suppentopf, äh, Subteller. Die restlichen Burger können hier rein. Da kann ich schon mal einen dran packen. Hamburger. Ist am Start. Die anderen ab in den Kühlschrank. Ich habe jetzt hier vier Portionen nochmal sitzen. Brezeln fertig. Ich hole mir einfach mal einen Teller. Ich packe eine drauf. Und das sollte es ja gewesen sein. Tatsache. Unglaublich einfach. Ja, die mache ich gern öfter. Super rein. Oh, ein bisschen viel. Naja, gut. Kann ich nicht ändern. Aber wenn die so einfach sind, dann sind die ja noch geiler als die Super. Und die ist schon einfach. So, Hot Dogs ran. Und laden auf. Ich weiß ja nicht, was ich gerne hätte. Aber... Das gucken wir uns dann mal an. Das kann ich eigentlich hier reinlegen. So, Suppe zweimal. Hamburger, sehr gut. Level 50. Jetzt geht es hier los. Was willst du, Hot Dog? Ich werde gleich da sein. Ich hoffe, dass man den Tisch reserviert. Na klar. So, wir können das jetzt hier mal wieder weg machen. Jawoll. Die erste Brezel. Hot Dog ist fast alle. Ich meine, ich mache schon mal die letzte Portion hier rein zum Aufwärmen. Und noch eine Brezel. Da kommt sie. Da ist sie. Hier ist sie. Hier ist sie. Hot Dog ist alle. Perfekt. Was geht ab? Was war das? Auf einmal kommt hier irgendwelche Partymusik. Super. Ich würde schon sagen, auf einmal geht hier doppelt Musik an. So soll das aber nicht sein. Ich werde sie zuletzt bedienen. Super. Zumindest dann, wenn ich Zeit habe. Hier muss ich erst mal nachladen. Ja, Suppe kommt. Oh, das ist knapp. So. Was kann ich für dich tun? Wenn ich ein hübsches Restaurant hier hast. Ohne Automaten. Es sieht hier aber leer aus. Ich brauche Automaten. Ich mache das Leben so viel einfacher. Ich. Gummi Elena. Warte. Crazy cool hat gerade 5.000 Münzen geschickt. Ja, okay. Das ist doch nichts dagegen, dass ich gerade live bin, oder? Ich muss meine Erfahrungen hier zuschauen sein. Ich brauche ein schmackhaftes Fast Food, bei dem ich mich gut fühle. Nur für Stars wie mich. Stars und die Starfruits. Mach mir ein Gericht, das ich in den sozialen Medien teilen kann. Lass deine Fantasie verheilen auf. Hopp, hopp. Okay. Ist sie wie Gemüse, oder? Ich glaube, die ist wie Gemüse, oder? Die werden wir einfach erstmal braten. Keine Ahnung. Der Typ hat mir extra gegeben, also nehme ich die einfach und brate die. Hoffentlich reicht der Grill noch so lange. Der ist schon ganz schön lange an. Ich das jetzt in den letzten paar Minuten noch abkackt. Kann ich die schneiden? Kann ich die schneiden? Kann ich die schneiden? Ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Ich glaube, ich setze es einfach so hin. Der Typ hat es mir extra gegeben. Gönn dir. Ist du mit deinen Augen? Interessant. Fertig. Ich werde ein Restaurant auf meine sozialen Medien teilen und freue mich auch sehr, dass du Teil meiner Reality Show bist. Zudem kannst du jetzt leckere Süßigkeiten herstellen und viele Verkaufsautomaten kaufen, um zusätzlich Einnahmen für das Restaurant zu erzielen. Habe ich doch schon. Ich werde ein Restaurant meinen sozialen Medien vorstellen und freue mich auch sehr. Das hatte ich gerade schon gesagt. Auf Wiedersehen, Chefkoch. Gewonnen? Steamervoll Candy Girl. Okay. Dass das funktioniert hat. Einfach nur diese Sternfrucht, die ich von dem komischen Kerl gekriegt habe, da hinzubraten. Also ich beschwere mich nicht. Ich habe es ja geschafft. Und da habe ich mir bei dem anderen Typen mit seinem komischen Brötchen da so viel Mühe gegeben und es hat einfach nicht funktioniert. Und das war jetzt so einfach. Einfach nur diese Frucht braten und da hinpacken. Na gut. Der haut schon ab. Okay. Dann gibt es eben keine Suppe. Hast du Pech? Wer nicht will, der hat schon. So einfach ist es. Dann räume ich hier noch auf. Ich glaube, mehr kommen nicht. Nö, der Tag ist vorbei. Okay. Interessant. Ja, die Tür aufgemacht. Dann kontrolliere ich hier nur nochmal wegen Dreck. Räume das Ganze hier ab. Und dann habe ich den Gourmet geschlagen. Das heißt aber jetzt, dass es neue Gerichte gibt. Ich meine, die Präzeln sind schon geil. Die Präzeln sind schön einfach. Das ist halt nur die Frage, was sonst noch. Ja, okay. Das war der Gourmet. Tag beendet. Neue Sache freigeschaltet für das nächste Mal. Cool. War einfach, als ich dachte. Ich werde das sehr kompliziert wie der andere mit dem Brötchen und seinen Mystery Boxen. Ja, perfekt. Gourmet geschafft, so wie ich es haben wollte. Neue Rezepte freigeschalten. Die gibt es dann beim nächsten Mal. Das heißt, für heute war es das. Lass gerne ein Like ein Abo oder wenn ihr mehr sehen wollt vom Kebab Simulator. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.